Okay. Ich weiß, einige von euch werden es wahrscheinlich besser hinbekommen. Also, da und da. Ich bin so dämlich, das kann ich mir von innen anschauen. Das ist ganz gut jetzt hier, dass ich den kleinen Ruhlraum hier unten habe. Man wird es nicht loben, aber es ist nicht gleich. So, so. Zwei Hemd, dann fängt es da an. Und da oben. Passt. Okay, diesen Ruhlraum werde ich natürlich mit Fackeln bekleiden. Nein, es soll kein Geheimgang oder so werden. Es soll einfach nur ein Ruhlraum sein. Ein friedlicher Ruhlraum, der niemandem was tun wird. So schaut es auch besser aus. So wird es gleichmäßig nach unten. Okay. Und ob ich da jetzt noch... Ich glaube nicht, dass ich hier noch einen Sound da hochziehe. Ich glaube, dass ich hier noch ein bisschen... So. So, 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 so. Und dann klatsche ich das nochmal weg. Auch zu... Okay, dann bist du auch mal weg. Okay, wann kommst du wieder? Okay. Äh, wäre schön, wenn du was zu essen mitbringen könntest. Ja, ja, meine ich ja. Bist du ja, ne? Stimmt, ja, die wollte ich sowieso nochmal essen. Ja, okay. Dann bis später, unbekannte Version von rechts hinten. Von rechts draußen. Oh, das schaut auch geil aus. Okay. Okay, sorry, aber jetzt muss ich hier mal ganz kurz, ganz gewitzt... Screenshot. Braucht nicht fies. Also Screenshots sind auch schön. Kann man immer mal schön irgendwie einbringen in seinen... Oh, Invasion der Zombies. Hey, der schiebt mein Boot raus. Fick dich. Du scheiß Fick. Hey, da klopft jemand an meine Tür. Wer ist denn da? Wow, der hat meine Tür aufgebrochen. Der Sack. Da ist man ganz schnell hier... Die Tür ist einfach durchgeflutscht. Okay. Gute Nacht, bevor noch jemand anders kommt. Uah. Da. Okay. Verreckt mal schön da draußen, ihr scheiß Viecher. Ich mag euch doch sowieso nicht. Mal schauen, ob wir da noch einen Weg rüber... ...bauen. Das weiß ich noch nicht. Komm, jetzt wo ich hier bin. Was willst du denn? Du bist doch schon längst tot. Normal. Mann, jetzt ist es noch... Ne. Passereich doch. Du bist doch schon längst tot. Ah, Mist. Jetzt habe ich vergessen, da hinten Buche abzuholzen. Ich bin auch so... Ich bin selten dämlich. Wirklich. Richtig selten. Hier müssen wir echt noch eine andere Lösung schaffen, weil... Das ist total dämlich. Okay. Dann packe ich diese Länge da zurück. Und nehme die... Die Hoh... Die... Die Steinhure nehme ich mal mit. Und pflanze es wieder neu an. Schön, dass man einfach auf dem Feld jetzt rumlaufen kann. Ich kriege es immer noch nicht hin mit dem Shedder-Mod. Es tut mir leid, aber ich bin einfach irgendwie... Entweder zu dämlich oder zu dämlich. Ich glaube, ich bin zu dämlich. Naja. That make ja nix. That make ja nix. Und es bleiben wieder zwei übrig. Wie schön. Wie soll es denn noch anders sein? Okay. Ich glaube, ich muss noch irgendwie so einen Sprachkurs oder so belegen, damit ich mir spreche. Ach. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was wir machen können. Wir können unser Dach fertig machen. Juhu. 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 Ich weiß auch nicht wie so ein... Na. Na. Ich mach mal die aus der Hand. Wieso? Na, ich weiß nicht. Koch genau. Da fehlt mir das wohl wieder ein... Juhu. Juhu. Wieso eine Koch... Eine Koch... In der... Ja. Also, wenn das jetzt genau reicht, dann bin ich dem Dach sehr dankbar. Ich hab zu viel gemacht. Super. Scheiß Dach. Verwirrst mich voll. Aber wir haben's doch fertig. Ich wollte eigentlich noch ein paar Akzente mit reinbringen, wie zum Beispiel... Ah, Mist. Da muss ich aber... So, 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 so... So, so... So, aber ich weiß jetzt nicht, ob das hier zu so einem Haus dazu passt. Mist. Jetzt nochmal versuchshalber so weit anbringen. Mist. Setzt ein paar Akzente, aber... Hätte ich dann doch lieber da drüben. Hier bringt's mir jetzt nicht so enorm viel. So. Weil da drüben habe ich ein bestimmtes Dach vor. Jetzt schon. Auch wenn's Haus noch nicht fertig ist. Als Haus soll ja, wie ihr schon bemerkt habt, zweistöckig werden. Oh, ja. Okay. Zwei Stock aus. At the next time. Ähm. Haben wir wenigstens jetzt das Dach geschafft. Aber vorher, bevor ich gehe, sortiere ich nochmal ein bisschen aus. Weil wir haben wieder viel zu viel in der Tasche. Wirklich viel zu viel. Wir bauen viel zu viel. Wir haben viel zu wenig Platz. Überall viel zu wenig. Platz, also. Ähm. Hier ist das Holz. Der Holzplatz. Ähm. Den Kram da noch mit da rein. Den Kram auch. Den Kram packe ich. Da mit rein. Den Kram packe ich da noch mit rein. Ähm. Naja. Aussortieren. So, jetzt haben wir wieder hier. Passt wieder. Ähm. Komm schon. Die Hure kann ich gleich wieder mal wieder aus meiner Hand. Aus meinem Inventory packen. Hier rein. Super. Die Samen gehen natürlich nicht mehr rein. Die eine Blume kann ich auch entbehren. Die nehme ich dann erstmal so. Setze mir da vorne hin. Ähm. Jo. Dann steigen wir auf unseren Baum, wo wir noch nie drauf waren. Und. Ich werde mich verabschieden. So viel haben wir nicht geschafft. War jetzt ein bisschen wenig. Aber es war auch mühselig ein bisschen. Aber den Wald haben wir wenigstens einigermaßen. Jetzt hier auf der kleinen Insel. So. Okay. Dann ich sage. Goodbye. Ja. Okay, no.